Russland bombardiert die Ukraine jeden Tag und soll jetzt auch Marschflugkörper einsetzen, die eigentlich damals für Atomwaffen gebaut wurden. Herr Kujat, ist das denn ein Zeichen dafür, dass den Russen langsam die Munition ausgeht oder bedeutet das vielmehr, dass sie doch noch sehr viel auf Lager haben und jetzt einfach erfinderisch werden, wie sie das alles einsetzen können? Das Letztere, was Sie sagten, ist der Fall. Diese Systeme sind veraltet, es gibt inzwischen sehr viel neue und der Bestand dieser alten Marschflugkörper ist enorm groß. Es sind einige Tausend, ich weiß die Zahl jetzt nicht aus dem Kopf, aber es sind einige Tausend, die Russland auf Lager hatte. Im Übrigen hatte die Ukraine nach 1991 auch noch einige davon. Also die werden jetzt praktisch als Verbrauchsmaterial eingesetzt. Dazu brauchen sie keine Gefechtsköpfe. Die Wirkung entsteht einfach durch die kinetische Energie beim Aufprall und die ist ganz erheblich bei diesen Systemen. Wie lange kann Russland denn damit dann noch den Krieg fortführen? Ja, das allein ist es ja nicht, womit Russland diesen Krieg führt. Wir sehen ja auch, dass bei der Bombardierung der Versorgungsinfrastruktur der Ukraine auch andere Systeme eingesetzt werden. Dies ist einfach der Verbrauch veralteter Systeme. Russland verfügt weiter über eine enorme Zahl Systeme von modernen Systemen dieser Art, Marschflugkörpern, hypersonische Waffensysteme. Aber Russland hält natürlich auch das strategische Potenzial zurück. Russland sieht sich ja als nuklearstrategische Supermacht auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten und versucht natürlich, diesen Stand zu halten. Es kommt hinzu, was wir im Augenblick sehen, ist ja, dass der Krieg sozusagen eingefohren wird. Das heißt, Russland kommt in die Lage, über den Winter weiter Waffen zu produzieren, auch Munition zu produzieren und dann im Frühjahr sozusagen mit neuen Kräften anzugreifen. Manche Experten erwecken ja den Eindruck, dass Russland in einer geschwächten Lage sei. Der Verteidigungsminister von Estland dagegen hat aber jetzt gesagt, dass nach neun Monaten Krieg die Situation für Russland sich eigentlich gar nicht groß verändert habe und auch die Luftwaffe noch ähnlich groß ist wie vorher. Wie sehen Sie das denn? Ja, das sehe ich genauso. Russland hat einfach am Anfang über ein sehr großes Potenzial verfügt, hat natürlich auch erhebliche Verluste erlitten. Aber das, was unsere sogenannten Experten uns erklären, dass Russland sozusagen schon fast am Ende ist und jeden Tag wird schon der Sieg der Ukraine gefeiert. Das ist natürlich alles Unsinn. Russland verfügt über ein enormes Potenzial und hat von diesem Potenzial immer nur einen bestimmten Prozentsatz in diesem Krieg eingesetzt. Das muss man immer wieder sehen und außerdem verfügt Russland personell natürlich über enorme Ressourcen, die es aktivieren kann, aber auch materiell über erhebliche Kapazitäten. Die personellen Verluste auf russischer Seite sollen aber trotzdem auch relativ hoch sein, wenn man sich die Region Donetsk anguckt. Zumindest ist das, was britische Geheimdienste gerade sagen, dass dort sehr viele Soldaten gefallen sein sollen. Dabei ist das ja auch noch die Region, die Russland bislang zumindest recht gut für sich behaupten konnte. Was weiß man darüber, wie die Verluste der Russen dort gerade sind? Wir wissen, präzise Zahlen über die Verluste kennen wir nicht. Weder Russland noch die Ukraine veröffentlicht, die genaue Zahlen. Wir haben jetzt gehört von den Vereinigten Staaten, dass es Verluste und zwar jetzt Tote und Verwundete, die nicht mehr eingesetzt werden können, in der Größenordnung von etwa 100.000 auf beiden Seiten gibt. Dabei muss man eben das berücksichtigen, was ich eben schon sagte, dass Russland eine wesentlich bessere Ausgangslage hatte als die Ukraine. Sollten diese Zahlen stimmen? Das muss man immer wieder dazu sagen. Dabei ist eben auch noch interessant natürlich immer, wie ist das Verhältnis zwischen verwundeten Soldaten und getöteten Soldaten? Normalerweise geht man von einem Verhältnis von 1 zu 3 bis 1 zu 4 aus. Das ist ein erheblicher Aderlass auf beiden Seiten. Das muss man immer wieder betonen. Und es spricht eigentlich dafür, dass man einen solchen Krieg nicht unendlich fortsetzen kann, wie das ja viele bei uns wollen, sondern dass man sich auch überlegen muss, ob das nicht wirklich an der Zeit ist, irgendwann mal eine Gelegenheit zu nutzen, um diesen Krieg zu beenden. Aber glauben Sie wirklich, dass es jemanden gibt, der mit Russland verhandeln will oder der auch daran glaubt, dass die Russen, was sie dann vielleicht in so Verhandlungen unterschreiben werden, dann auch einhalten? Naja, wir haben ja ein Beispiel dafür, dass Russland bereit war zu verhandeln, auch dazu Zugeständnisse zu machen an die Ukraine. Diese Zugeständnisse gingen ja sogar so weit, dass Russland bereit war, seine Präsenz in der Ukraine auf den Stand vom 23. Februar zurückzuziehen. Wir wissen heute, dass diese begreifbare Vereinbarung muss man sein, die im Übrigen auf einem Vorschlag der ukrainischen Regierung beruhte, den Russland dann in sozusagen einen Vertragsentwurf umgearbeitet hat, dass diese Vereinbarung nicht zustande kam, weil hier der Westen und zwar in der Person des damaligen britischen Premierministers Johnson interveniert hat. Lassen Sie mich vielleicht noch anfügen, gerade die gegenwärtige Situation ruft ja eigentlich danach, sich wieder an den Verhandlungstisch zu begeben zwischen beiden Seiten. Hier müsste natürlich zunächst von den Vereinigten Staaten Druck auf die Ukraine ausgeübt werden, dass sie tatsächlich diese Bereitschaft erklären. Und der amerikanische Generalstabschef, der General Milley, hat ja gerade vor wenigen Tagen mehrfach übrigens dazu aufgerufen, diese gegenwärtige militärische Lage, in der die Ukraine keine weiteren Fortschritte erzielen kann, also den Krieg auch nicht gewinnen kann, dazu zu nutzen, diesen Krieg zu beenden. Lassen Sie uns noch über das Thema Militärhilfe sprechen. Der britische Premier Sunak, der hat jetzt davon gesprochen, dass er die Höhe der britischen Hilfen aufrechterhalten will oder sogar noch erhöhen will. Was hat Großbritannien denn bislang für die Ukraine geleistet? Sie ziehen hier im Grunde am gleichen Strang wie die Amerikaner. Die Amerikaner haben eben mehr Potenzial, das sie liefern können. Aber ich denke, Deutschlands Leistungen können sich durchaus auch sehen lassen. Denn wir haben sehr gezielt das geliefert, was die ukrainischen Kräfte am dringendsten benötigten. Also zum Beispiel unser sehr leistungsfähiges Flugabwehrsystem, aber auch Panzerabwehrwaffen, aber auch viele andere kleinere Dinge, die nicht so im Interesse der Öffentlichkeit stehen, aber natürlich für die ukrainischen Streitkräfte enorm wichtig sind. Also ich denke, wir können uns da durchaus sehen lassen. Und der NATO-Generalsekretär hat ja auch vor wenigen Tagen unsere Leistungen hervorgehoben. Außerdem halte ich einen sozusagen ein Wettbewerb, wer ist nun derjenige, der am meisten liefert, nicht für gerade sinnvoll. Ich bin eher der Meinung, dass man überlegen sollte, welche Waffen wirklich der Verteidigung der Ukraine dienen und welche Waffenlieferungen das Risiko einer Eskalation bergen. Die Amerikaner sind da sehr, sehr vorsichtig. Die Ukraine haben ja schon mehrfach die Lieferung von Landstreckenpaketen verlangt, die also weit auch in das russische Kernland hinein eingesetzt werden können. Das haben die Amerikaner gerade auch wieder letzte Woche abgelehnt, weil sie eben eine Eskalation des Krieges befürchten. Also wir müssen, glaube ich, beides tun. Wir müssen auf der einen Seite liefern das, was der Ukraine in der Verteidigung hilft, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr vorsichtig sein. Und da nenne ich jetzt auch mal die immer wieder aufkommenden deutschen Strategen, die die Lieferung von Leopard 2 und Marder verlangen, was auch in die Kategorie dessen gehört, was die Amerikaner strikt ablehnen. Auch wir sollten uns daran halten. Und das Zweite ist, wir müssen uns langsam auch, glaube ich, darüber im Klaren werden, wo die Grenzen unserer Beteiligung an diesem Konflikt liegen. Unser Grundgesetz enthält ganz prominent schon in der Präambel das Friedensgebot für Deutschland. Wir müssen also jede Kriegsbeteiligung oder jede Unterstützung einer Kriegspartei muss immer darauf gerichtet sein, am Ende zu einer friedlichen Lösung zu kommen. Das ist das Gebot des Grundgesetzes. Ich erwarte auch deshalb von der Bundesregierung, dass sie der Bevölkerung einmal klar macht, wo die Grenzen liegen dessen, was sie unterstützt und was sie nicht unterstützt. Zum Beispiel wäre die Rückeroberung der Krim etwas, was Deutschland unterstützt? Eine sehr delikate Frage. Wie weit wollen wir gehen? Sind wir wirklich nicht bereit? Also wenn ich höre beispielsweise, dass gesagt wird, wir werden die Ukraine unterstützen, solange es nötig ist. Was heißt das denn? Das heißt doch, dass wir die Entscheidung darüber, wie lange und in welchem Maße wir die Ukraine unterstützen, an die Ukraine abtreten. Das heißt, ein Teil unserer Staatsgewalt wird auf die Ukraine übertragen. Das kann doch nicht das Ziel deutscher Politik sein. Vor allen Dingen nicht im Einklang mit dem Friedensgebot des Grundgesetzes. Droht denn dennoch die Gefahr, dass den Ukrainern auch die Munition beispielsweise im Frühjahr ausgehen könnte, wenn der Westen dann doch nicht mehr so viel Unterstützung leisten würde? Das Risiko besteht bereits jetzt. Auch dem Westen geht ja inzwischen insbesondere die Artilleriemunition aus. Wir sehen, dass die Amerikaner versuchen sozusagen auf dem Markt Artilleriemunition für die Ukraine zu kaufen. Auch sie selbst haben inzwischen schon fast ihre Lager leer. Das liegt einfach daran, dass wir hier eine Form des Krieges sehen und die wird sich jetzt im Winter weiter verstärken. Eine Form des Stellungskrieges sehen. Ich habe das vor einiger Zeit schon mal gesagt, wie der Krieg im Ersten Weltkrieg geführt wurde. Aus festen Stellungen heraus, nicht dynamisch, nicht mobil und mit einem enormen Einsatz von Artillerie. Und das bedeutet natürlich, wenn die Ukraine einige Tausend, also man spricht von 7000 Schuss am Tag verschießt, dass dann sehr schnell auch die Lager leer sind und auch der Westen nicht mehr über ausreichende Munition verfügt. Die Russen verschießen angeblich noch wesentlich mehr Artilleriemunition am Tag, aber sie sind auch in der Lage, weiter zu produzieren. Hinzu kommt eben, dass bei den Geschützen, die die Ukrainer noch aus russischer Produktion verwenden, ja überhaupt keine Möglichkeit besteht, nachzuliefern. Also weder aus der Ukraine heraus und schon gar nicht aus dem Westen heraus. Das heißt also, für diese Artilleriegeschütze russischer Produktion wird, wenn nicht das schon der Fall ist, sehr bald die Munition ausgehen. Ganz herzlichen Dank, Herr Kujat, dass Sie heute bei uns waren. Gerne.